Ihr habt das Problem, dass ihr Reis kocht und euch ganz viel Reis gekauft habt für abends und euch fehlt die Soße und ihr habt einfach gar keinen Bock irgendeine scheiß Soße zu machen und wollt einfach nur essen und die Carbs reinkriegen. Da habe ich heute eine Lösung gefunden, zufällig. Erstmal machen wir natürlich den Reis, den packe ich mir jetzt hier schön drauf. Oh, das war schön heiß. So, und dann, mache ich die Müll schon auf, nein, gibt es bei Aldi zum Beispiel Kaiser Gemüse, ist ein Kilo drin, kostet 1,20 Euro, ein Kilo Gemüse und bei Kohlgemüse, die sind auch immer unbelastet. Hier sieht man nochmal, welches Gemüse drin ist, ist dann unbelastet, bei Möhren weiß ich gerade nicht, packe ich das da mit drauf, habe ich aber nicht mehr so viel, als ich da schon einen Teller gegessen habe, habe ich jetzt nicht mehr so viel Gemüse. Da sind jetzt auch meistens nur noch Möhren übrig, aber ich nehme meistens ein bisschen mehr und auch am liebsten mehr Brokkoli. Und dann, wie wahrscheinlich jeder erwartet hat, Tomatenfassade. Also ich nehme nie so viel Soße, also ich nehme schon ein bisschen mehr als das. Da habe ich noch nie so krass viel Soße drauf, habe ich jetzt aber nicht mehr mehr. Dann habe ich hier so ein, habe ich noch übrig, Kinderketchup, ja hat jetzt 0,5 Gramm Natrium pro 100 Milliliter, aber ich mache halt immer nur so ein paar Pünktchen drauf. Weil da sind halt auch irgendwie Gewürze drin. Aber den Ketchup, den kann man schon selber machen, mit Datteln, Tomaten und getrockneten Tomaten und Gewürzen. Davon kann man sich halt mega viel machen, im Kühlschrank stellen und fertig. Hätte halt ein paar Wochen. Und dann packe ich halt einfach noch irgendwelche random Gewürze drauf. Gelaufen hat gerade Bock hat. Pfeffer halt. Hier habe ich noch Kräuter, getrockneten Bärlauch. Und wieder frische Mehl. Frische Kräuter sind immer viel geiler. Süße Paprika. Und Kurkuma habe ich jetzt. Ja, und wenn man halt mehr Soße nimmt zum Beispiel, dann schmeckt das richtig, richtig geil. Mit ein bisschen mehr Gemüse vielleicht auch noch. Ja, das ist ziemlich extrem günstig, extrem gesund, extrem simpel, extrem lecker. Das war's. Tschüss.